Herzlich Willkommen und schönes Team Startzeit zu einem Hextech Opening Eigentlich wollte ich so ein Video gar nicht machen, doch jetzt bin ich tatsächlich gezwungen dieses Video zu machen Weil Riot sich so ein cooles System ausgedacht hat mit so komischen Champion Marken Und ich das ja natürlich jetzt auch mal machen möchte So und ich habe gestern mein zweites Asie Token bekommen Ja, ich habe ein bisschen rasiert, ja hier jetzt kann ich mal angeben, ja Ja, ich habe, sind wir mal ehrlich, ich habe mein komplettes Team gecarryt und es war nicht mal ein Scherz, ja 19-4, ja Auf jeden Fall, ja, habe ich da mein S Plus sogar tatsächlich bekommen, wobei mir das jetzt nichts bringt Weil ich noch die S 6er Marken brauche oder die S Minus wäre auch noch okay gewesen Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ja hey, wir müssen jetzt Ja, ich will jetzt Asie auf 6 bringen und auch die anderen werden wahrscheinlich nicht lange auf sich warten Weil ich habe bis jetzt noch nicht so viel Rank gespielt und diese S Dinger fliegen ja eigentlich relativ rein bei mir so Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, ich brauche Champion Essence Deswegen, da ich schon die meisten geilen Skins eigentlich habe und auch ich so ein Ultimate Ding hier nur so rumfliegt und ich nicht mal benutzen kann Habe ich mir gedacht, wir machen heute ein Champion Chart Opening Also, unser Ziel ist es, so möglichst viel Champion Essence rauszubekommen Oder richtig scheiß Skins Das ist beides, aber am besten richtig viele Skins Äh, Champions So, wir fangen auch schon mal an Ich habe schon mal einen Schlüssel, Leute Das wird nämlich ein Zwei-Kisten-Opening So, wir haben jetzt quasi zwei Schlüssel nämlich Und das ist das Hextech-Opening, meine Freunde Wir schauen mal eben Was wir machen können Und, äh, wir fangen an mit Nummer 1 Nummer 1 Ah, ist natürlich Quatsch, ne Wir kaufen uns natürlich noch ein paar Schlüssel Wir wollen ja, wir haben ja noch ein paar Rito-Punkte Und wollen mal natürlich nicht so sein Wo kaufe ich denn scheiß Schlüssel, Alter Ich glaube, die muss ich hier kaufen, ne Schlüssel kaufen, Schlüssel Wo kaufe ich Schlüssel, Mann Hä, die konnte man doch immer hier irgendwo kaufen Gib mir jetzt, Mann Gib mir Schlüssel, lol Ich habe auch noch eine Box Oh, Mann Hier oben Oh Zehn oder Möhre 10.950 Alter Schwede, aber okay Wer schön sein will, muss leiden In dem Sinne Ja, auf geht's Auf geht's Auf geht's Auf geht's Auf geht's Auf geht's Ja, das ist unser erster Champion-Chart GG Das ist schon mal cool Mir ist übrigens aufgefallen Ich habe ein Schlüssel mehr als Boxen Ich hätte noch nie mehr Schlüssel als Boxen Das gleifen wir natürlich jetzt direkt im Hemd aus Wir kaufen uns noch eine Box Fertig aus So Ja, der erste Champion ist schon da Super cool Das absolute Premium wäre natürlich Wenn ich einen meiner Champions bekommen würde Dazu würde noch zählen Lissandra, Diana Oder Talon Einer dieser Champions wäre natürlich noch mega geil So Nummer 2 Puh Puh Nice Eigentlich würde man wahrscheinlich haten Dass man Champion-Charts bekommt Aber ich freue mich da tatsächlich gerade drüber Okay Das hat geklappt Wir probieren was anderes aus Hm Alter Schwede Geil Ey Das ist ja heute wie Weihnachten Ich freue mich da über was Was muss ich wahrscheinlich 195 nur Auch noch 195 Und die gibt 300 Oh Das ist also noch abhängig Okay Okay Nice Ich glaube jeder würde das XA Opening gerade sowas von hassen Weil ich habe auch alle Champions Ja GameStone Ah ja GameStone Sag mal Was kann man denn mit GameStone machen Forge into Chest and Key Oder Exklusiv Anni Ja Lassen wir ihn erstmal da Aber Naja Okay Ich finde die Hexen Anni gar nicht so geil Ich finde den Skin ein bisschen gay Ehrlich gesagt Huap 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 Order of the Bananas Soraka Habe ich schon Brauche ich nicht Habe ich schon Natürlich schmeißen wir am Ende alles rein Was wir Was wir schon haben Schmeißen wir alles rein Ist klar Ist klar Ilaui Loll alter Ohne winziger Winschern Ich habe halt einfach mal Fünf Skins oder Champions schon bekommen Aus sechs Boxen GG 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 Huap 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 Reksal Also Ich finde es cool aber als würde jeder hassen Holy shit Jeder würde Jeder würde Was für alter Gut dass ich das nicht vorher gemacht habe Ich hätte mir komplett eskaliert glaube ich Ja okay Huap 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 Frostcreen Janna ist scheiße Frostcreen Janna ist Scheiße Soll ich es tun Leute Soll ich Wir machen es Nocturne 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 Also jeder der Skins braucht Leute Kauft euch keine Hextech Boxen Vielleicht wissen sie auch dass ich es upgraden will Mega geil wäre wenn ich jetzt Arsia bekommen werde Arsia oder Fiss wäre mega geil Arsia oder Fiss Arsia oder Fiss Ich glaube an das Herz der Karten Twisted Fate Arsia oder Fiss Oder Twisted Das ist der neue Fiss Nice Grim Reaper Fiss Sehr sehr geil Kapper So okay jetzt aber Herz der Karten Ich glaube daran Alter so viele Champions Das ist richtig krank Holy shit Holy freaking shit Aber es wäre am geilsten Wenn ich sonst direkt einen Champions Chart bekommen würde Von so einem Ding Jetzt Tu wirst What skin Poro Battlecast Weck Unser letztes chest Okay Tu es Tschüss Man was wäre ich denn da mit Alter die sieht nicht nur scheiße aus Die ist auch scheiße Ja okay Also wir haben aber einfach mal aus Elf Er hat mir elf oder zwölf Vox hatten wir glaube ich Haben wir einfach mal zwei vier sechs acht Champions bekommen Einfach mal acht freaking Champions Leute Holy fuck Ja wir machen natürlich mal hier so Wir schmeißen mal ein paar in den Reroll Pot Reroll and to skin Ne Wir werden mal erstmal Essenzen in jedem Video Und gucken mal auf wie viel wir bekommen So Der ganze Scheiß kann natürlich jetzt in Essenzen umwandeln Alter Der kommt nicht viel bei rum Alter 263 nur Holy shit ist das wenig 325 Illaoi ist auch 325 Nice Reno 325 Nocturne Ist glaube ich keine 325 mehr Und Alistair ist wahrscheinlich 10 oder so Ja 195 Mundo auch 195 Und Nocturne Arena 293 Ja gut So Dann Wir haben leider nur ein Skin Ein Champion Ein Wortskin So Wir rerollen Reroll Den Den Und Sie Reroll Jenkins Naja Okay dann können wir noch Reroll 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 Jenkins Tu es Tschüss Mann was will ich denn damit Mann Ich hab Demon Weil ich hab alle Weiskins jetzt Toll Schön Ja Aber was wir denn noch machen Wir könnten auch Jetzt haben wir so eine Box rausbauen Und Ne Wahrscheinlich Aber ich krieg doch nie im Leben Also ich werde nie so viele Hextech Offen Eigentlich war das eine Ausnahme Dass ich das scheiß Hextech Offen Den gemacht habe Für diese scheiß Dinger Und davon komme ich ja jetzt ziemlich weit Muss ich sagen 600 kostet das nur Also in Anführungsstrichen Opening Ja Leute wir können Ähm Ja Ich finde das System mit den Asien permanent und schade total Wie soll man denn sowas kriegen Die Chance sowas zu kriegen Ich hab 20.000 Champions Bekommen Und da war nicht einer von meinen Champions Dabei Wie hoch ist die Chance dass sowas passiert Quasi null Null einfach Freakin null Ja So da haben wir die Nummer 6 Asier Stufe 6 Hab leider noch nicht so viel gespielt Deswegen hab ich auch noch nicht so viele Champions Auf 6 Oder überhaupt diese ganzen Also ich hätte mit Sicherheit auch schon alles auf 7 haben können Weil Ja keine Ahnung Ich hab Ist jetzt nicht so schwer die Dinger zu sammeln Aber ich hab halt noch nicht so viel gezockt Also Vor allem nicht Also Nicht so Ranks und so Triad Games und so Auf meinem Main Und deswegen Äh Ja Jetzt haben wir 2 Asien und Fizz Wer hat mehr Punkte Oh ich hab mit Asien mittlerweile mehr Punkte als mit Fizz sogar Und dann kommt Talon Ne Ne stopp Ich wollte schon sagen Talon hat die meisten Punkte Aber Talon ist halt nur Stufe 5 Da müssen wir uns aber halt auf die Talon-Jagd machen Meine Freunde Wir haben ja jetzt Wie viele Punkte haben wir noch? 1900 Davon können wir Fizz upgraden Und davon Wie viel kostet das hier? Kostet 500 Davon können wir mit Sicherheit auch noch Ja Scanner vielleicht Scanner müssen wir noch machen Und Talon Ich denke Ja okay da kommen wir Ja vielleicht muss auch nochmal was aufmachen Ja in dem Sinne Vielen Dank fürs Reinschauen Äh Dieses Hackstack Opening War für mich sehr zufriedenstellend Wahrscheinlich für jeden anderen wäre es die Hölle auf Erden gewesen Aber vielen Dank dass ihr reingeschaut habt Haut rein Macht da weiter Sehr schön Tschüss und auf Wiedersehen Ich bin da ler, ver anx aber baru